Hallo zusammen, hier ist der Greis. Eure Eltern und Grosseltern haben euch bis jetzt ein Leben lang beschützt und haben geschaut, dass ihr keine Risiken ausgesetzt werdet und gesund bleibt. Jetzt wird die grosse Verantwortung aber auf euch übertragen. Weil jetzt werdet ihr zu den Beschützerinnen und Beschützer von euren Eltern und Grosseltern. Das ist eine grosse, aber auch schöne Verantwortung und ich bin überzeugt, dass ihr das arbeitet. Ich zähle auf euch.